Moin Leute und herzlich Willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich das Thema Emotes auf Twitch aufgreifen und zwar, wo bekomme ich überhaupt Emotes her, was sind Emotes überhaupt und wie füge ich die auf meinem eigenen Kanal ein? Ja, was sind denn überhaupt Emotes? Viele von euch werden das sicherlich schon wissen, aber es gibt auch einige, die wissen das noch nicht. Um das Ganze natürlich vollständig zu halten in diesem Video, möchte ich euch das einmal zeigen. Wir befinden uns auf meinem Twitch-Kanal und dort gibt es die Möglichkeit, wenn ihr im Chat schreibt, dass ihr Emotes benutzt. Über dieses kleine Smiley-Icon könnt ihr dann in die Auswahl der Emotes gehen und es gibt natürlich jede Menge freie Emotes, also Emotes, die direkt von Twitch schon überall nutzbar sind. Es gibt aber auch Emotes, die auf jedem Kanal nutzbar sind, der Affiliate beziehungsweise Partner Status hat. Denn sobald ihr Affiliate oder Partner seid, habt ihr die Möglichkeit Emotes nur für euren Kanal, also eure eigenen Emotes hochzuladen und in meinem Fall sind das diese, die unter Nilsson1489 zu finden sind. Dort gibt es schon jede Menge Emotes und diese Emotes können Zuschauer auf meinem Kanal benutzen, die bereits Subscriber sind. Dafür können sie einfach dann, wenn sie einen Sub abgeschlossen haben, auf ein Emote klicken und diesen Emote dann in meinem Chat posten. Doch wie funktioniert das denn generell mit den eigenen Emotes? Dafür hat Twitch einen eigenen Leitfaden im Internet zur Verfügung gestellt. Ich habe euch den Link zu dieser Seite einmal in die Videobeschreibung gepackt. Dort findet ihr unter anderem Beschreibungen, wie denn so ein Emote erstellt werden muss. Das heißt, in welchem Format das Ganze vorliegen muss. Das ist PNG und welche Größen ihr im PNG-Format für das Emote bereitstellen müsst, damit ihr das Ganze freischalten könnt. Das wären zum Beispiel 28x28 Pixel, 56x56 Pixel und 112x12 Pixel. Das liegt einfach daran, dass die Emotes auf verschiedenen Geräten in verschiedenen Größen angezeigt werden und dafür dann verschiedene Größen hochgeladen werden müssen. Außerdem darf das Emote nicht mehr als 25 KB groß sein. Der nächste Step wäre natürlich, wo lade ich denn die Emotes überhaupt hoch? Dafür wechselt ihr einfach oben rechts auf euer Icon, dann auf Creator Dashboard. Im Creator Dashboard wechselt ihr dann auf der linken Seite auf Einstellungen und dann auf Partner bzw. auf Affiliate. In der sich dann öffnenden Ansicht solltet ihr einen Abschnitt Abonnements finden und darunter dann den Reiter Emotes. Auf diesen klickt ihr dann zunächst. Damit gelangt ihr dann in die Ansicht der Emote Einstellungen. Bei mir seht ihr schon, dass hier 14 von 14 Emotes bereits hochgeladen sind und ich auch zusätzliche Emotes für Tier 2 und Tier 3 Subs freigeschaltet habe. Darunter findet ihr einen Emote Präfix und ein Freischaltungsfortschritt. Fangen wir doch zunächst beim Emote Präfix an. Wenn ihr das allererste Mal Emotes hochladen könnt, dann müsst ihr einen Präfix vergeben und dieser Präfix ist dafür gedacht, dass wenn Leute Emotes in eurem Chat posten wollen, immer der Präfix davor steht. Zum Beispiel, ich habe ein Emote mit dem Namen Donuts. Wenn nun jemand meinen Emote posten möchte, dann muss er Nilsson, nämlich mein Präfix und dann Donuts schreiben, damit er das Emote posten kann. Beim Wählen eines Präfix solltet ihr darauf achten, dass dieser noch nicht vergeben ist. Geht auch nicht anders, denn wenn er schon vergeben ist, wird euch Twitch das sagen und den Präfix für euch nicht einstellen können. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass es ein einprägsamer Präfix ist, denn hätte ich jetzt hier irgendwie einen anderen Präfix genommen wie Banane oder Streuselkuchen, weiß ich nicht, ob das so passend gewesen wäre. Nilsson ist bei mir natürlich am naheliegendsten. Zu lang sollte so ein Präfix auch nicht sein, denn überlegt euch mal, wenn die Leute nicht den Emote durch einen Klick auf das Emote in den Chat posten, sondern per Hand eingeben und ihr habt einen Präfix, der einfach unglaublich lang ist, dann wird das ziemlich nervig für die Zuschauer. Gut, soweit haben wir nun den Präfix festgelegt. Gehen wir doch einmal in die Emote Bearbeitung. Habt ihr noch einen Slot frei für Emotes? In meinem Fall zum Beispiel habe ich jetzt mal ein Emote gelöscht. Dann öffnet sich auf der jeweiligen Stufe diese Ansicht. Ihr habt mehrere Stufen. Stufe 1 wäre für normale Subs, also Abonnements von 4,99€. Dann gibt es noch Tier 2 und Tier 3 Subs. Dafür könnt ihr jeweils auch ein eigenes Emote hochladen. In meinem Fall sind die schon hochgeladen, aber die Maske sieht in jeder Stufe gleich aus. Wir schauen uns deshalb einfach nur Stufe 1 an. Um nun ein Emote hochzuladen, müsst ihr in die einzelnen Boxen klicken. Dafür einfach draufklicken und danach das Emote auf eurem PC auswählen. Im Idealfall liegen die Emotes dann schon fertig im 28x28, 56x56 und 112x112 Format vor. Wir haben gerade die Box für 28x28 geklickt, also wähle ich hier das 28x28 Emote aus. Auf Öffnen klicken, das Emote wird hochgeladen und ist dann in der Box zu sehen. Danach klickt ihr noch in die 56x56 Box, wählt dort auch das richtige Emote aus und macht das Ganze natürlich auch für die 112x112 Box. Seid ihr mit dem Upload der einzelnen Emotes fertig, ist das Emote noch nicht fertig eingerichtet. Ihr müsst dem Emote nun noch einen Code mitgeben. Der Code ist der Text, der hinter eurem Präfix kommt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nun ein Emote haben wollt mit eurem Präfix und dahinter Hype, dann würdet ihr nun den Code Hype eingeben. Darunter seht ihr dann den vollständigen Emote Code, der aus eurem Präfix und dem Code des Emotes generiert wird. Seid ihr damit fertig, klickt ihr einfach nur noch auf Änderungen speichern. Das Emote wird nun gespeichert und nun gibt es zwei Unterschiede. Bei Partnern ist das Emote direkt verfügbar. Das heißt, nach dem Speichern wird es auch direkt angezeigt und es dauert nur so fünf Minuten, bis es in den Chats verfügbar ist für eure Zuschauer. Solltet ihr Affiliate sein, sieht das aber ein wenig anders aus. Und da sind die Erfahrungswerte wirklich von weiß bis schwarz. Denn wenn ihr euer Emote als Affiliate hochladet, dann wird Twitch das Ganze erstmal blockieren und in eine Prüfung geben. Das heißt, ihr müsst warten, bis Twitch das Emote freischaltet. Und hier kann das ganze von wenigen Stunden bis zu mehreren Wochen dauern. Wenn ihr also Glück habt, ist euer Emote schon am nächsten Tag freigeschaltet. Wenn ihr Pech habt und Twitch hat momentan so viel zu tun, dann kann es auch schon sein, dass ihr mal zwei Wochen warten müsst. Seid da aber ein wenig geduldig. Twitch wird euer Emote schon freischalten. Nachdem das Emote dann freigeschaltet worden ist, könnt ihr das ganz einfach in eurem Chats benutzen. In meinem Fall seht ihr zum Beispiel, dass nun Nilsson Hype mit der Katze hier freigeschaltet ist. Wenn ich das Ganze einfüge und auf Chat klicke, wird das Emote in den Chat gepostet. Bevor wir weitergehen in dem Video, noch ein kleiner Hinweis für die Leute, die einen Chatbot benutzen, der nicht euer eigener Account ist. Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel habe ich als Bot Nilsson Bot, also einen zweiten Twitch-Account. Wenn ihr wollt, dass euer Bot auch Emotes postet, könnt ihr das tun, indem ihr in die Nachrichten des Bots einfach den Emote-Code reinschreibt. Also in meinem Fall zum Beispiel Nilsson Hype. Wenn dort nun aber nur der Text im Chat erscheint und nicht das Emote, liegt es daran, dass der Bot-Account auch Subscriber eures Kanals sein muss. Wenn der Bot kein Subscriber eures Kanals ist, dann ist er wie jeder andere Zuschauer auch nur ein Zuschauer und kann eure Emotes nicht benutzen. Das nur als kleiner Tipp, einfach einen Sub an euren Bot-Account verschenken und schon kann er auch die Emotes posten. Doch nun kommt noch die Frage auf, wo bekomme ich denn überhaupt Emotes her? Und ja, da gibt es eine wirklich breite Auswahl, wo ihr eure Emotes herbekommen könnt. Entweder ihr seid wirklich künstlerisch sehr begabt und könnt selber Emotes malen. Ich zum Beispiel kann das nicht. Wenn ich ein Emote male, dann sieht das aus, als hätte ein einjähriger Kugelschreiber falsch herum auf ein Blatt Papier gedrückt. Wenn ihr also auch so künstlerisch unbegabt seid wie ich, dann gibt es die Möglichkeit, bestimmte Designer anzuschreiben. Es gibt bestimmte Facebook-Gruppen, wo Leute das machen. Es gibt aber auch Seiten, die schon fertige Emotes verkaufen und da möchte ich euch gerne eine Seite ans Herz legen. Ihr wisst, ich arbeite schon öfter mit OwnTV zusammen und mir gefallen die Emotes von OwnTV wirklich sehr. Ich habe als Beispiel zum Beispiel das Paket Dark Cat Twitch Emotes benutzt und hier bei OwnTV bekommt ihr für einen schmalen Taler schon größere Emote-Pakete mit sehr hübschen Emotes. Auf der Website von OwnTV einfach auf Sub-Emotes klicken und dann findet ihr hier unterschiedliche Pakete und könnt euch eure eigenen Emotes auswählen. Einen Link zu dieser Seite findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dabei gibt es unterschiedliche Pakete zwischen Fünfer-Packs und Achter-Packs. Das heißt, ihr könnt entweder fünf Emotes auf einmal kaufen oder gleich auch acht. Habt ihr euer Emote-Paket ausgewählt, dann ist es im Endeffekt ganz einfach. Ihr legt das Ganze in den Warenkorb und im Warenkorb schließt ihr dann die Bestellung ab. Nachdem ihr die Bestellung abgeschlossen habt, erhaltet ihr eine Archiv-Datei und in dieser Archiv-Datei sind die PNG-Dateien der einzelnen Emotes schon fertig im 28x28 Format, 56x56 und 112x112. Das heißt, ihr müsst nichts mehr machen. Ihr müsst diese Dateien einfach nur noch hochladen, wie ich euch das Ganze schon im Video gezeigt habe. Und zack, die Nudel sind die Emotes auch schon auf eurem Kanal. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, das ganze Mysterium Twitch Emotes mal ein bisschen besser zu beleuchten bzw. euch auch helfen, eigene Emotes für den Kanal zu bekommen und diese auf eurem Kanal hochzuladen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao!